Du möchtest wissen, wenn du morgens das Haus verlässt, ob du mal wieder länger zur Arbeit brauchst oder nicht, weil die aktuelle Verkehrslage ist mal wieder erfordert, aber du möchtest es ja nicht selber nachgucken. Extra in Google Maps gehen oder in Waze und dann eingeben, hier von da nach da und dann gucken, wie sieht es denn aus. Wäre doch viel geiler, du stehst auf, guckst irgendwo mal ganz kurz, trinkst deinen Kaffee und dann schaust du aufs Dashboard, ich brauche heute ein bisschen länger, scheiße, dann wird das wohl nichts mit dem Frühstück. Wie wir das machen können, schauen wir uns jetzt an. Einmal ein wenig sehr stark rangezoomt, können wir das hier gerade erkennen. So sehen wir zum Beispiel gerade hier bei mir die 25 Minuten. Das ist mein Handy-Dashboard und ich sehe, wenn ich morgens auf mein Handy schaue, okay, ich brauche 25 Minuten, wenn ich jetzt losfahren würde zur Arbeit. Ist halt sehr hilfreich, weil ich muss nicht extra noch mal auf Maps gehen oder sonst was, ich kann es gucken. Natürlich, weil wir diesen Sensor haben, können wir den auch irgendwie auf einem Dashboard im Flur anzeigen lassen oder wo auch immer ihr möchtet, ihr könnt euch sogar eine Benachrichtigung geben lassen, immer genau um eine bestimmte Uhrzeit. Eine Automatisierung mit einer Notification, du brauchst gerade so und so lange zur Arbeit oder du kannst ja auch dann was einschicken, zum Beispiel, wenn du siehst, du brauchst heute länger zur Arbeit. Wenn schon ab 6 Uhr feststeht, ist es gerade Stau, kannst du auch dir eine Automatisierung geben lassen. Hab ich jetzt nicht gemacht, müssen wir jetzt auch nicht zeigen, aber ich glaube, das würdet ihr auch selber hinkriegen, weil so fähig sind meine Zuschauer auf jeden Fall und haben schon genug gelernt, dass ihr wisst, wie ihr eine Notification einrichtet anhand von einer Zahl, dass ihr sagt, okay, es muss größer diese Zahl sein, also brauche ich länger, also Stau, okay. Aber genug geschwätzt, was machen wir denn jetzt hier? Wie funktioniert das Ganze? Wir nutzen dafür eine Integration, dafür brauchen wir nicht mal den Home Assistant Community Store, soweit ich weiß. Ich meine, das war nicht daraus, oder? Nein. Es gibt aber hier dafür sogar eine Karte, sehe ich gerade. Ihr könnt euch diese Karte noch runterladen, falls euch das irgendwie interessiert, dann habt ihr noch so ein Dashboard irgendwie, womit ihr was anzeigen könnt, wie lange und wie viel ihr braucht. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Das müsst ihr sehr wissen, es scheint auch nicht mehr gerade so gewartet zu sein, mit 10 Problemchen und so. Und es wurde zuletzt vor 4 Monaten geändert, äh, geendet, geendet, geändert. Von daher, wir klicken auf Integration hinzufügen, ganz einfach, und haben ja hier 3 Milliarden Sachen auch schon von Haus aus mittlerweile. Es ist einfach, es ist mittlerweile gestört, was es alles gibt. Ich finde es aber auch einfach so geil, ne, weil ich würde natürlich über alles gerne ein Video machen, aber ich habe nicht alles. Zum Beispiel, ich habe auch nicht jeden Use Case. Natürlich kann ich hier irgendwie Cal, DAF, also für Kalender und sowas reinpacken, aber was bringt mir das? Ich weiß auch nicht, was der Color, was, 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 was ist denn Color Extractor? Will ich das wissen? Mich interessiert das gerade mal. Was, was bringt der mir? Wir gucken mal kurz zusammen, einfach nur aus Prinzip. Was, wenn irgendwas light, dann kann ich mir da die Color rausziehen, oder wie? Okay, ah, anpassen zu einem, passen zu irgendeinem, ah, zu einem Lied oder sowas. Okay, krass. Interessant. Ja gut, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich sage ja, man kommt immer wieder auf neue Ideen. Auf jeden Fall benutzen wir Waze Reisezeit. So, und könnten hier jetzt nämlich genau das eingeben. Hier gebt ihr dann das ein, was ihr in dem Moment eingeben wollt, zum Beispiel wirklich Arbeitszeit oder so. Und könnt jetzt hier den Startort angeben, dann müsstet ihr halt wirklich hingehen und einfach Koordinaten eingeben. Und natürlich im besten Fall erstmal die Region auswählen. Das heißt, wir sind natürlich, äh, äh, wie heißt das, der Kontinent Europa, Australien ist noch unterstützt, Israel alleine ist interessant, Nordamerika oder die USA. So, das heißt, ihr gebt dann, geht dann einfach hin, in Google Maps zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier hingeloggt bin oder nicht. Ihr geht dann hin in Google Maps auf jeden Fall und könnt dann die Koordinaten auswählen von eurem Zuhause beispielsweise. So, ich sage jetzt hier in Google Maps, hier rechts ist mein Standort, dann können wir es wieder kopieren. Übrigens müssen das, glaube ich, gar nicht, es könnten auch Adressen sein, soweit ich weiß, aber so ist es vielleicht einfacher. So, kopieren das hier auch noch rein, von Duisburg nach Essen quasi, könnten das bestätigen. Oh, jetzt heißt das wirklich Waste Travel Time. Könnte noch einen Ort sagen, aber ist auch egal. Wir gucken uns die Entitäten jetzt nochmal an. Da haben wir nämlich Arbeit, Reisezeit. Das ist nämlich das, wie es bei mir war. Sogar in der Nacht, oder beziehungsweise gar nicht wahr, hier um 12 Uhr mittags und es war, verdammt nochmal, Samstag war wohl ein bisschen Stau. Normal sind es irgendwie so 26 Minuten. Hier wurden es dann mal, na gut, 6 Minuten mehr. Man merkt, dass Wochenende ist, sonst wäre es auf jeden Fall deutlich schlimmer. Warum findest du nichts? Was für einen Filter hast du hier aktiviert? Configured by, ja, ist ja auch ein toller Filter. Wie kann ich den zurücksetzen? Waste. Und jetzt sehen wir nämlich auch, genau so kann man das ja auch zurückmachen. Von da steht jetzt zu Hause Reisezeit. Das gilt natürlich nicht von da, wo ihr gerade seid, sondern von dem Punkt, den ihr da angegeben habt. So, aber jetzt wäre genau dasselbe. Die Orte, die ich angegeben hatte, diese Koordinaten, hoppala. Von da brauchen wir, genau, nach Berliner Straße Essen. Ich habe es ufällig einfach ausgewählt. Kann man sich dann angucken. Es wäre eine Distanz von 32 Kilometer von hier, wo ich gerade irgendwo ausgewählt habe. Mehr oder weniger echt random. Und ihr braucht 29, ja, eigentlich, also 30 Minuten, könnt ihr sagen. Und ich persönlich finde das sehr cool, das als so ein Dashboard noch zu haben, wie ich euch das ja gerade gezeigt hatte. Dann wisst ihr halt immer, was los ist. Und wie gesagt, Automatisierung, je nachdem, wie eilig ihr es habt oder so, wenn ihr das wisst, ihr müsst morgens, werktags oder wie auch immer, sowieso immer mittwochs zum Büro. Und ihr müsst um 7 Uhr da sein oder wollt um 7 Uhr da sein, dass ihr vielleicht, wenn ihr um 6 Uhr aufsteht, wisst, okay, ich muss früher losfahren, scheiße. Oder euch auch wann auch immer informieren lasst. Klar, Verkehrslage ist sehr dynamisch, ist ein sehr dynamisches Thema. Kann man natürlich damit nicht so einfach abdecken und sagen. Aber zumindest einen groben Anhaltspunkt gibt das dann doch. Weil wenn zum Beispiel ein LKW umgekippt ist, dann werdet ihr das schon merken, wenn dann die Zeit irgendwie, ja, mal wieder deutlich länger braucht. Kleine, aber einfache Sache. Vielleicht kanntet ihr das auch schon, vielleicht aber auch nicht. Und dementsprechend, oder vielleicht auch demnächst, wenn ihr, wo lange, ich meine, es muss ja nicht nur die Arbeit sein, ne. Es kann ja auch irgendwo anders hin sein, wo ihr regelmäßig hinfahrt und sehen wollt, wie lange gerade die Verkehrslage ist. Kann man ja für alles Mögliche machen, sogar zum Kunden oder so von Arbeit zum Kunden, was auch immer. Es gibt ja alle möglichen Sachen. Muss auch nichts mit Arbeit zu tun haben, kann auch die Oma sein. Und von daher, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.